Herzlich Willkommen zurück zu The Binding of Isaac zur nächsten Runde und wir starten mit ok ok und auf gehts ok Pause Ok weiter gehts Ja So Pause weg Hervor hier Eine Bombe und Brust und Brust Brust und 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 Wollen wir sehen was wir kriegen so heute. No? Nein. Also ich empfehle euch wirklich, kauft das Spiel für 5€ bei Steam, wenn nochmal so wirklich ausflippen, Wald, woanders machen, Wald. Das ist eigentlich das richtige Spiel für euch. Kleingeld, Mann. Nichts Christa. Oh, ne. Oh, gut, da geht ja noch. Ja, gut. Komm her, man wüsst mich so. Los, auf, auf, auf. Geh drauf. Los. Auf. Zack. Und der Vorder zum Dessert. Na komm, na. Ein Herz mehr. Und weiter geht's. Oh, zu schwein. Ist das hier? Herz oder irgendwas von uns? Ja. Ich meine Freude auf, wenn wir sie wieder reden. Na ja. Oh, das ist das. So, ja. Und demnächst, denk ich, wird da auch noch ein Gast einmal dabei sein. Bei Alena macht es nicht so viel Spaß. Da hat mir nicht so viel zum reden oder egal. Was für viele Regen, wenn man nichts zu sagen hat eigentlich. Wunderfutter! Wotten Fleisch! Okay, ab! Wotten Meat! Ja, der soll reinlaufen und ich lauf rein. Okay. So, komm mal. Zum Goldraum, der da oben ist. Gut! Das ist gut. Bombe gespart. Oh. Jawoll. Deadbird. Jetzt haben wir eh sein Zeug. Fehlt nur noch das Buch der Hure. Ist auch ganz lustig. Nein, ich geh da oben nicht rein. Das bringt nichts für mich. Das füge ich. Gut. Down. Cheers up. Ach ne. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Ach ja klar. Kleine Shabbies. Das ist jetzt nicht viel. Okay. Okay. Kleingeldmann. Was ist das? Okay. Die fliegen zurück. Die Dinger. Upsi. Wir haben 3. Entschuldigung. Ne. Kampfsraum. Nein. Ich mache keinen Kampfraum. Nein. Auch nicht. Los Vogel. Auf ok. Also. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Okay. Regie, mach's so galt. Ja. Ich müsste mal... Warte. Zwei, drei Räume zurück. Für full life. Ah, ja. Aber doch, das ist schon halb 3F. Etwas. Oh, klein geht man. Ne. Oh, oh, ist da. Okay. Okay. Los. Ordentliches. Okay. Okay. Jetzt drück ich ab auf Start. Okay. Herzchen geht. Okay. Oh, da hab ich grad voll getrieben. Na. Auf geht's zum nächsten. Pipi Pipi Pigel Oh, ich stehe noch nicht mehr Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal Kein Kratzen, ach so